Also, was mir gut gefallen hat, war die Echtheit, die authentische Darlegung und vor allem, dass wir hier Leute gefunden haben, die sich in der Sache auskennen. Und das zählt hier mit den hochkarätigen Veranstaltungen. Es gibt sehr viel in der Branche. Aber hier hat man das Gefühl, man trifft auf Leute, die echt Butter bei der Fischspray. Vielen Dank.